Sie kommen aus der ganzen Welt nach Calais. Viele wollen nach Großbritannien, um ein neues Leben zu beginnen. Es sind diese Menschen, die sich oft auf Schmuggler und unsolide Boote verlassen, um über den Kanal zu kommen und denen jetzt die Abschiebung nach Rwanda droht. Wir treffen Sharif und seine Familie. Ihr Sohn ist 18 Monate alt. Er hat sein ganzes Leben als Flüchtling verbracht. Sharif sagt, der Rwanda-Plan werde ihn nicht abschrecken, weil er nichts zu verlieren habe. Ich weiß, dass Großbritanniens Regierung die Leute nach Rwanda schicken will. Aber wissen Sie, ich habe nichts. Diese Wohltätigkeitsorganisation hilft Migranten, die entlang der französischen Küste leben, mit Lebensmitteln, Kleidung und Unterstützung. Die Freiwilligen hier mögen den Rwanda-Plan nicht und sie glauben auch nicht, dass er funktionieren wird, sondern Menschenschmugglern nur noch mehr Macht gibt. Diese Menschen werden wegen der Androhung kein Asyl mehr in Großbritannien beantragen wollen. Sie werden in den Untergrund bezwungen, was für die Menschenschmuggler das Gegenteil bewirken wird. Es erweitert ihr Geschäftsmodell. Die Zahl der Migrantenübergänge ist in diesem Jahr bereits gestiegen. Nur wenige erwarten, dass das jetzt plötzlich abnimmt. An einem klaren Tag wie diesem kann man die Küstenlinie von Kent durch den Dunst erkennen. Es herrschen perfekte Bedingungen für alle, die versuchen möchten, den Kanal in einem Boot zu überqueren. Tausende dieser Reisen haben im Laufe der Jahre von hier aus, dem Songat-Strand, begonnen. Das ist die Herausforderung für diese Regierungspolitik. Wird es wirklich jemanden abschrecken, der entschlossen ist, von hier nach dort zu gelangen? Es ist eine gefährliche Überfahrt. Letztes Jahr sahen wir an demselben Strandabschnitt überfüllte Boote. Ganze Familien setzen ihr Leben aufs Spiel. Aber die Realität ist, sobald man aus dem Irak, Syrien oder Afghanistan gereist ist und den ganzen Weg zu diesem Strand geschafft hat, mit dem Traum ein neues Leben in Großbritannien zu beginnen, scheint die Ziellinie wirklich verlockend, vielleicht unwiderstehlich greifbar. Adam Parsons Sky News, Calais